Ein neues Video rund um Fotografie hier bei Krolop und Gerst. Übrigens, ich bin nur Krolop, Gerst, den gibt's gar nicht. Gibt's schon. Trotzdem kommen wir zum Thema, nämlich diese Kamera hier. Das ist die 7C, das hier, da da da, da ist sie, die 7C von Sony. Auf dem Tisch steht noch sozusagen die direkte Konkurrenz aus dem eigenen Hause, die 7 III. Und ich würde sogar sagen, noch so eine dritte Konkurrenz, also eigentlich die zweite Konkurrenz, die dritte Kamera, die Alpha 6600. Mit diesem Video möchte ich so ein bisschen die Entscheidung zwischen diesen Kameras erleichtern. Ich habe jetzt die letzten drei Wochen mit dieser Kamera sehr viel fotografiert. Ich würde sagen, ich habe so ungefähr 10.000 Bilder gemacht und einige wenige können wir uns heute angucken. Und ich würde sagen, ich habe die Kamera schon lieben gelernt. Und da ich diese Kamera, und deswegen nochmal kurz über den Hashtag Transparenz, nur leihweise habe, hier übrigens, da sieht man immer so ein gutes Beispiel, wenn dann bei den Seriennummern 00000000 dran steht, dann ist es immer ein gutes Beispiel dafür, dass es eine Leihkamera aus dem Pressepool von Sony Deutschland ist. Die anderen beiden Kameras, die gehören uns, die haben wir regulär gekauft, aber das ist nur eine Leihgabe. Zurück zum Thema. Es geht ja um diese Kamera und ich möchte sagen, was die Kamera kann und was die Kamera nicht kann. Und vor allem auch ein bisschen dann immer vergleichen zu den beiden anderen Kameras, wobei natürlich hauptsächlich soll verglichen werden zwischen diesen beiden Kameras. Das ist die Sony 7 Mark III, wie man hier lesen kann, und das ist die 7C. Die 7C, das C steht für Compact. Also Compact muss ich erstmal sagen, irgendwie finde ich den Namen falsch. Ich hätte sie ultra cool genannt, irgendwie 7U oder total neu, T, aber Compact, also sind wir ehrlich, wenn man jetzt den Unterschied anguckt, also in der Dicke hat sich erstmal niente geändert, null, nada. Wenn ich jetzt die Griffe vergleiche, okay, da ist so ein kleines bisschen mehr wulstig hier, wobei ich ehrlich gesagt das eigentlich ganz schön finde, weil das ist oftmals, wo man die Kamera mit hält. Und der große Unterschied, der findet sich eigentlich nur hier oben. Das wäre jetzt sozusagen dieser Wulst, der hier existiert und der eben hier, wo der Viewfinder hier oben in der Mitte der Kamera ist, findet sich hier so ein bisschen Rangefinder-Style. Also da darf man jetzt nicht dann ausrasten, wenn ich jetzt Rangefinder-Style sage, sondern es ist nur der Typ, wo der kleine Sucher hier außen befestigt ist. Der macht das Ganze halt hier oben sehr, sehr, sehr flach. Ansonsten ist die Kamera nicht wirklich, also auch die Höhe, also die Höhe ist komplett identisch. Da kann man hier wirklich noch Deckel drauflegen, ist perfekt ausgeglichen. Compact, naja, ein bisschen kleiner ist er geworden. Nennen wir sie sieben Compacter. Fangen wir einfach mal mit dem Preisunterschied an von allen drei Kameras, die auf dem Tisch hier rotieren. Also fangen wir an bei der Alpha 7C, um die soll es ja gehen. Also die Alpha 7C, die hier, die aktueller Preis, Foto Air hat, gerade nachgeguckt, tagesaktuell 16% Mehrwertsteuer, 2.099 Euro. Dann geht es weiter, 7C, äh 7 III, die liegt gerade bei 19,49 bei Foto Air hat und beim gleichen Händler auf Foto Air hat, die Alpha 6600, die liegt bei nur 1412 Euro. Nur im Vergleich natürlich relativ zu den beiden anderen Kameras. Am Preis kann man sicherlich schon erkennen, die 7C ist die neueste und damit auch die teuerste, obwohl die alle schon von ihren UVP so ein bisschen weg sind. Aber ist jetzt dieser Mehrpreis der 7C, ist die Kamera das wirklich wert? Und das ist so ein bisschen die Frage. Die Alpha 6600 lassen wir mal ausgeklammert bis zum Schluss, dann können wir sie auch nochmal vergleichen. Vielleicht auch nochmal einen ganz schönen, interessanten Größenvergleich und einen Gewichtsvergleich. Also wenn wir auf die Größe angucken, dann sehen wir ganz deutlich, dass die Alpha 6600 die kleinste ist, aber liegt natürlich auch mit am Sensor. Also der Sensor ist natürlich ein Halbformat-Sensor und das kann man deutlich, deutlich erkennen, dass der Sensor kleiner ist bei der Alpha 6000. APS-C, 1,5er grob gegen Vollformat. Die Alpha 6600 ist aber auch in der Dicke deutlich reduziert. Und wenn ich einer Kamera den Namen kompakt geben würde, dann wahrscheinlich der Alpha 6600er. Auch obgleich hier, dass die Alpha 7C die kleinste, ich weiß nicht, kleinste spiegellose System-Wechsel-Objektiv-Kamera auf dem Markt, keine Ahnung ist. Auf jeden Fall ist sie sehr leicht geworden. Im Vergleich ist sie 6 Gramm, und das ist das Erstaunliche, 6 Gramm schwerer als die Alpha 6600 und 141 Gramm leichter als die Alpha 7 III. Und das haben wir nachgeguckt, sind fast ein Viertel des eigentlichen Gewichtes. Also man merkt schon einen deutlichen Unterschied von der 7 III auf die 7C. Beim Gewicht ein Viertel leichter, das muss man erst mal schaffen, ein Viertel. Gucken wir uns an, was die Kamera kann. Wir gehen jetzt mal durch so ein paar Punkte durch. Der Sensor, BSI, also Backside Illuminated Sensor, 24 Megapixel, absolut identisch. ISO-Werte, absolut identisch. Video-Werte, bis auf so ein bisschen feine Optionen innen drin, eigentlich gleich. Burst-Drahte, 10 Bilder pro Sekunde, eigentlich gleich. Wo sind da eigentlich die Unterschiede? Da fragt man sich wirklich, wo die Unterschiede sind. Und die Antwort, die geben wir jetzt. Wir kümmern uns jetzt mal bloß um die Unterschiede. Also, erster Unterschied, den kann man noch nicht zeigen, aber die Alpha 7C hat den Fokus-Algorithmus der Alpha 7S III bekommen. Und das ist ja das Video-Top-Modell für einen deutlich höheren Preis. Und den merkt man. Also der Autofokus ist aufgrund der Algorithmen, nicht der Hardware, der Software, deutlich verbessert worden. Und das merkt man. Also, es ist ein Fortschritt. Dann hat die Kamera allerdings nur einen Speicherkartenslot und der ist an der Seite. Das heißt also, wenn ich hier aufmache, dann kommt mir hier ein Speicherkartenslot UHS, ja, das ist jetzt vielleicht nicht in der Schärfe drin, aber hier sieht man, dass der einen Speicherkartenslot UHS II, so rum, während die Alpha 7 natürlich die beiden hier hat. Ganz wichtig. Also, sie hat sogar einen Slot für Speicherkarten weniger. Man kann nicht Backup mitspeichern. Die Serienbilder, hatte ich gesagt, sind gleich. Allerdings kann die 7C mehr abspeichern, also länger. Beide Kameras machen mit 10 Bilder pro Sekunde, aber die 7C hält länger, vor allem mit RAWs durch. Heißt, größerer Buffer und vielleicht auch bessere Verarbeitung intern, was wieder so ein bisschen auf CPU-Änderungen oder interne Prozessoränderungen oder Algorithmusänderungen hinweisen könnte. Dann ist die Kamera ein digitales Interface tauglich. Das heißt also, wenn man dieses Video-Interface kauft, was wir sehr oft einsetzen, kann man digitalen Ton aufnehmen und dann auch übrigens vier Tonspuren, also links, rechts, links, rechts. Das ist auch möglich. Was die Kamera allerdings nicht hat, ist, und das sieht man auf der Rückseite ganz deutlich, diesen ultrageilen Joystick. Also hier, die Alpha 7 III hat den schönen Joystick, um den Fokuspunkt zu bewegen. Der fehlt hier komplett. Das heißt, man muss eigentlich mal mit dem Touchscreen den Fokuspunkt bewegen oder halt über Fn oder irgendeinen Funktionsbutton reingehen. Funktionsbutton wäre der nächste Punkt. Es gibt hier nur einen Fn-Knopf, der ist hier hinten zu finden. Das ist der hier. Während an der 1, 2, 3, 4, 4 zu finden sind. Also anstatt vier Funktionsknöpfen hat man nur drei. Und jetzt kommt der allergrößte Unterschied. Der Viewfinder, das ist das hier oben, ist deutlich, deutlich kleiner. Das Display, auch wieder ein Unterschied, ist gleich wie bei der 7S III, geht also nach außen weg und kann auch nach vorne gedreht werden. Das heißt also Selfie-tauglich oder selbst Gruppenbilder-tauglich. Kann auch im Hochformat schön auf dem Boden geklappt werden. Das ist eine Funktion, die ich am meisten brauche, wenn ich dann so fotografiere. Dann sehe ich das schöne Hochformatbild sozusagen beim Halten der Kamera. Also man sieht Hochformat hier drauf, während man bei der 7S III natürlich das Display nur nach oben oder nach unten klappen kann, aber niemals zur Seite. Und Hochformat ist dann immer so ein bisschen... Also wer Hochformat bodennahe Bilder macht, der liebt dieses Display. Ansonsten, oben sieht es genau gleich aus, bis auf die Funktionsknöpfe. Der Videoaufnahmeknopf ist hier hingewandert, dafür keine Funktionsknöpfe. Und man hat eben hier das Rad hier, Moduswahlrad da, hat ein vermisstes Zeigefingerrad. Also es gibt kein Zeigefingerrad, dafür gibt es ein Daumenrad. Und man muss die ISO-Funktion eben gesondert aktivieren. Die 7 III hat Zeigefingerrad, Daumenrad und die ISO meistens am zweiten Daumenrad. Also im unteren Daumenrad, wobei er hat zwei Daumenräder. Ja, eins, zwei, eins, zwei, aber kein... Der Zeigefinger ist halt wertlos bei der 7C. Jetzt war das so ein bisschen durchgerattert. Dass Sonys Kameras bauen kann, sollte absolut klar sein. Dass die geile Kameras bauen, sollte auch klar sein. Die Frage ist ja, wo ist der Unterschied? Und was man sicherlich in meinem Speed-Durchlauf so ein bisschen merkt hat, ist, dass die 7C eher durch Degrading glänzt, als durch Upgrading. Also ein Funktionsknopf anstatt vier. Ein kleinerer Sucher, der wirklich sehr viel kleiner ist und eben halt außen liegt. Dann keine zwei Speicherkartenslots, weniger Handgriff, kein Zeigefingerrad zum Blendezeit. Also wir Fotografen, wir sind ja gewohnt, Daumen hinten, Zeigefinger vorne, schöner manueller Belichtung in einem Viewfinder, perfekte Belichtung durch den Viewfinder und aus die Maus, nichts mit Bearbeitung. Aber das klappt so richtig, richtig schnell dann doch nicht. Man muss dann immer gucken, in welchem Modus ist wie welches Rad belegt. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Vor allem auch kein Joystick. Also es ist sehr, 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 sehr Downgrading-lastig. Und vor allem, jetzt kommt noch ein Punkt dazu, der mir sehr negativ aufgefallen ist, ist, die Kamera kann nur bis ein Viertausendstel gehen ohne den elektronischen Verschluss. Das heißt also, ich mache die geräuschlose Aufnahme aus und wenn ich jetzt zum Beispiel die Belichtungsseite gesehen, ich habe jetzt wieder hier oben umgedreht, wollte aber hier unten rumdrehen, wende ich halt mal hier hin, dann sollte man es sehen. Wenn man jetzt hier, da ist bei Viertausendstel Schluss. Wenn ich jetzt ins Menü gehe und die geräuschlose Aufnahme einmache, dann ändert es natürlich auf den elektronischen Verschluss, nicht mehr auf den mechanischen Verschluss. Also nicht mehr, da muss man aufpassen, es ist nicht der komplette mechanische Verschluss, sondern nur der erste und zweite, überspringen wir. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht es halt auf den Achttausendstel. Was mir sehr negativ aufgefallen ist, ist eben dieser Viertausendstel Beschränkung für den mechanischen Verschluss. Das ist auch eine Sache, die vielen Fotografen nicht bekannt ist. Man sollte offenblendige Objektive nicht mit elektronischem Verschlussvorhang fotografieren. Das steht sogar im Bedienungsanleitungshandbuch der Kamera. Da steht drin, offenblendige Objektive bei offenen Blenden, also Blende 1.4, sollten mit hohen Verschlusszeiten nicht mit elektronischem Verschluss fotografiert werden, weil dann das Bokeh anders zusammengerechnet wird. Das ist jetzt kein Witz, also da kann man sich erkundigen, es gibt ein paar andere YouTube-Videos, die sehr nerdy sind, nerdier als sogar Call of Gers videos, deutlich nerdier. Und die Kamera reduziert das Bokeh, also die Unschärfe wird reduziert, aufgrund des elektronischen Verschlusses. Das heißt, man hat ein Blende 1.4 Objektiv und es funktioniert wie ein Blende 2.0 Objektiv. Das ist jetzt kein Scherz. Wir haben nicht den 1. April und das ist auch noch nicht Weihnachten. Das ist wirklich so. Wenn man mit Sony-Kameras den elektronischen Verschluss nutzt und dann bei Blende 1.4 und 85er fotografiert, dann hat man nur noch Blende 2.0 Look, wenn man einen 8000-Syl zum Beispiel nutzt. Und deswegen war ich immer beim Fotografieren so ein bisschen, also ich habe meistens die Bilder auch ein bisschen überbelichtet, weil ich einfach nicht höher kam. Ich habe dann gewusst, ich muss die Bilder runterziehen, aber es war wirklich so. Man zahlt also 1500 Euro mehr für eine neue Kamera, die es auch in Silber gibt, die eigentlich sehr viel weniger hat. Ich finde, sie hat auch weniger in puncto Audio, also man kann zum Beispiel auch nicht den Audio, ach doch, Kopfhöreranschluss hat sie unten. Ah, alles klar. Ein Vorteil, den die Kamera hat, wir wollten ja Unterschiede angucken, ist, dass die Kamera sehr, sehr, sehr gut über USB-C lädt und sogar während sie genutzt wird. Wir hatten da einen Zeitraffer gemacht über mehrere Stunden und dieser Zeitraffer, der wurde gemacht, indem die Kamera währenddessen geladen wurde über die Powerbank. Und das war natürlich, ist eine schöne Funktion. Also wenige neuere Kameras, aber noch nicht alle, können diese Funktion des gleichzeitigen Nutzens und gleichzeitigen Ladens über USB. Und diese Kamera kann es und das finde ich wirklich sehr schön. Also es entspannt einfach. Ich habe die Kamera bei mir nach dem Fotografieren einfach an die Powerbank gehängt. Das waren, egal ob ich sie an oder aus hatte, das hat einfach, also ich kam mit einem Akku eigentlich durch den gesamten Trip und habe nie wirklich einen Akku wechseln müssen. Sehr, sehr, sehr schön, auch deutlich verbessert. Nochmal zu dem Teilfazit, was ich gerade angefangen hatte, zwischen den beiden Kameras, also den beiden hier. Den, den. Man zahlt für die Kamera mehr Geld und hat eigentlich weniger. Man bekommt ein bisschen mehr Technologie, was den Autofokus betrifft. Aber eigentlich, was man so wirklich braucht, steckt alles in der 7 III drin. Das ist auch so ein bisschen eine Quintessenz, die man an dieser Stelle schon machen kann. So, Zwischenfazit. Die 7 III von Sony war ihrer Zeit so voraus und ist eine so schöne Kamera, dass man die kaum irgendwie noch besser machen konnte, glaube ich, aktuell. Und die 7C ändert jetzt auch nicht. Die gibt eigentlich eher so ein, ich glaube, ich glaube, Sony wollte da so ein bisschen Fuji angreifen. Nämlich diesen Stylo-Bereich von Leuten, die einfach eine Kamera wollen, die mega cool aussieht. Die Sony 7 III, die hat halt so ein richtiges Fotokamera-Design. Ich finde sie jetzt nicht besonders hässlich, ich finde sie aber auch nicht besonders hübsch. Vielleicht bin ich da auch jetzt der Falsche. Ich bin da so, für mich ist eine Kamera ein Werkzeug. Die muss jetzt nicht geil aussehen. Aber ich weiß, dass es genügend Menschen gibt, die das halt auch als so eine Art, ja, Style, Lifestyle-Tool sehen und die sich da natürlich auch mit so einer Kamera irgendwo blicken lassen wollen. Und sind wir ehrlich, das entspricht schon mehr diesem Retro-Look als eben die 7 III Kamera. Und sie ist eben voll smart und hat auch diese Technologie, dieser tollen 7 III drin. Also von daher macht das alles schon sehr viel Sinn. Auch das Silberne, wenn ich es mir holen würde, würde ich es direkt in Silber nehmen. Ich finde es sehr schön, das Finish. Aber ich glaube, hier hat man Design vor Praktikabilität genommen. Und man muss einfach wissen, dass wenn man meiner Meinung nach die günstigste und beste Wolf-Mart-Kamera, also das Preis-Leistungs-Balance-Ding, wenn man das von Sony haben möchte, dann ist glaube ich die 7 III die absolut beste Kamera. Nichtsdestotrotz muss man eins bedenken. Und zwar die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Die schlechteste Kamera ist immer die, die man nicht dabei hat. Und die beste Kamera, die man dabei hat, die hat man auch deswegen oft dabei, weil man sich schön findet. Also bitte, bitte, bitte an dieser Stelle nicht zu wertend über diesen Design-Aspekt hier reingehen, sondern ich finde das, wenn man jetzt nicht beruflich fotografiert und nicht die Kamera braucht, um irgendwie einen Job zu erfüllen, dann finde ich Design ein ganz wichtiges Element. Wenn ich eine Kamera so schön finde, dass ich die auch gerne mal mitnehme, weil ich sie gerne am Körper trage und ich mich auch gerne vielleicht damit blicken lasse und andere Leute sehen lasse, ich lege Wert auf Design, auf Fotografie, auf Ästhetik, dann habe ich die Kamera öfters dabei und das wird meistens zu tollen, besseren Bildern führen. Deswegen ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht unter, außer Acht lassen kann. Und wir hatten ja auch einige Fotos, die wir mit Models gemacht haben in letzter Zeit und die Kamera ist einfach immer ins Auge gefallen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, ich weiß gar nicht, ob der in einem Review-Video was zu suchen hat, weil das kann ich nicht belegen, das kann ich nicht in Zahlen auf irgendwelchen Dokumenten nachfüllen. Es war schon so, dass die Kamera, die 7, alle anderen Kameras, sie sind nicht wirklich aufgefallen. Die Models, die kennen das und die wissen, was das ist, aber die 7C, das war schon so, was ist das für eine, die sieht aber schick aus, schick. Und natürlich fühlt sich das auch ein bisschen toll an. Also wenn ich jetzt überlege, dass das jetzt keine Pressekamera ist, die ich für kurz Zeit bekomme, sondern dass ich mir die Kamera kaufe, Geld ausgebe und dann spricht natürlich jemand auf der Straße an und sagt, oh, was ist das für eine tolle Kamera oder ein Freund, eine Verwandte sagt, boah, das ist aber schön, das kann ich mal in der Hand nehmen. Dann ist das natürlich auch eine Sache, die einen so ein bisschen Bauch pinselt. Also ich finde solche Sachen, die mögen vielleicht nicht auf einen Prospekt irgendwie drauf kommen, aber ich finde die extremst, extremst wichtig. Kommen wir zu meinen Erfahrungen, die wir auch gemacht haben beim Fotografieren. Wir können jetzt mal ein paar Bilder vielleicht in der Stelle einblenden. Vielleicht haben wir auch schon ein paar eingeblendet. Ich weiß nicht, was der Schnitt nachher draus macht. Was ich festgestellt habe, ist, dass mir die Bilder aus der 7C besser gefallen, aus der 7. Ich habe jetzt nicht jedes Fotoshooting mit beiden Kameras gemacht und die absolut innerlichen Einstellungen fotografiert. Wie gesagt, wir hatten kein Videoteam dabei. Wir haben die Videos, die wir jetzt gerade so ein bisschen gesehen haben, nebenher gemacht, selber. Natürlich ging das beim Zeitraffer besser, weil ich musste gerade nicht fotografieren, also konnte ich ein bisschen filmen. Aber wir haben einfach fotografiert und ich habe selten so ästhetisch schöne Bilder hinterher gesehen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Bilder gemacht. Ein Bild, wo ich mich daran erinnere, war die grün- und blauen Töne in diesem Wald und mit dem Himmel. Auch viele Gegendichtaufnahmen waren unfassbar scharf und brillant. Und die Hauttöne, die ganzen, also ich habe noch seltenst, habe ich so ästhetische, angenehme Hauttöne aus der Kamera direkt raus gesehen. Diese Bilder, die gerade eingeblendet wurden und werden, die sind nicht bearbeitet. Da wird nur ein bisschen mit den Bildstilen in der Kamera gearbeitet. Das heißt also, Funktionstaste drücken, Funktionstaste drücken, hier auf den Kreativmodus gehen und dann so ein bisschen zwischen Standard, Neutral und Vivid und Schwarz-Weiß hinher, mit dem Kontrast ein bisschen spielen, mit der Sättigung ein bisschen spielen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also das ist alles, was ich gemacht habe und natürlich der der Weißabgleich, die Weißabgleich-Balancierung. Man sieht jetzt hier gerade, steht auf A35M025. Das heißt also, der Weißabgleich wird bei mir nie so gelassen und ich habe auch hier oftmals noch so ein bisschen Warmtöne mit drin, wie man das gerade sieht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe seltenst in meinem fotografischen Leben so ästhetische, so farblich, angenehme Fotos gesehen, wie bei diesen Aufnahmen. Und ich fotografiere nicht zum ersten Mal mit einer Sony. Das heißt also, vom Gefühl würde ich sagen, dass sie mit vielen Situationen einfach einen verbesserten Farbalgorithmus mit sich bringt. Ich kann es nicht beweisen, niemand hat uns was darüber gesagt, aber das ist meine Meinung. Punkt. Fokus, hatte ich ja schon gesagt, ist merklich besser. Also wenn man beide fotografiert und viel mit beiden fotografiert, dann merkt man die Situation, wo die 7C einfach besser ist. Es ist oftmals natürlich dann bei Sony die Verbesserung bei dem Tracking. Also es geht jetzt nicht darum, dass man einfach nur ein Gesicht fokussiert, der Rahmen erscheint und dann irgendwie in Kästchen verfolgt, sondern es geht oftmals darum, dass man mit Tracking arbeitet. Also Sachen antracken und die sich bewegen lassen und so weiter und so fort. Gerade auch die Gegenlichtaufnahmen haben sehr gut funktioniert, weil die Körper und weil die Gestalten oder weil die getrackten Sachen dann doch noch erkannt wurden, obwohl die Flares, obwohl das Gegenlicht, obwohl die Kontraste fehlen waren. Also das ist einfach merklich bei der Kamera. Was mich super gestört hat, ist, ich glaube, ich habe 10.000 Bilder gemacht, hatte ich ja gesagt, aber ich habe kein einziges Bild durch den Sucher gemacht. Ich habe so einen Sucher nur kurz genommen, um zu kontrollieren. Ich kenne kaum Kameras, die unangenehmer sind und in kleineren Suche haben und gerade auch bei mir als Brillenträger, das ist so, also irgendwie egal, wie ich die Kamera halte, vor dem Display ist immer irgendwie der Rand. Also ich sehe, ich sehe gar nicht richtig das Display komplett. Also das ist definitiv ein Rückschritt, wenn man dagegen eine 7.3 hat, die nimmt man dran und dann sagt man, oh ja, schön. Was ich allerdings schön finde vom Konzept und das ist auch wieder so, ich habe ja, ich habe keine spitze Nase, nee, niemals. Bei der Kamera, weil ich ein Rechtsgucker bin, geht meine Nase an der Kamera vorbei. Also hätte ich hier einen größeren Sucher, würde ich das feiern. Hier bei der Kamera ist meine Nase immer platt gedrückt. Also man merkt, dass wenn man einen Tag fotografiert, dass man wirklich so nach Hause kommt und das nicht sehr ästhetisch angenehm ist. Ich hoffe, dieses Video hilft, wenn man unentschlossen ist. Was lernt man denn daraus? 7c kostet aktuell mehr Geld, man hat aber deutlich weniger Features, die eigentlich sinnvoll sind, wie Joystick, habe ich ja gerade schon gesagt. Irgendwie ist die Kamera aber doch extrem sexy und irgendwie macht sie scheißgeile Farben und irgendwie ist der Autofokus dann halt doch besser. Was soll ich sagen? Als Arbeitstier würde ich mir die 7 III holen. Als Fotokamera für zu Hause zum Stylo angeben die 7c. Punkt. Und sind wir ganz ehrlich, ich finde und deswegen steht sie auch auf dem Tisch, die Alpha 6600 eine so effektive, so schnelle, so furchtbar geile Kamera, dass ich nicht nicht diese Kamera vergessen würde. Also man braucht nicht zwangsweise immer nur das Vollformat. Das Vollformat ist ja nicht immer nur ein Segen. Es ist manchmal auch ein bisschen Fluch. Und wenn man eigentlich abblendet für Fotos, Landschaftsaufnahmen macht und so weiter und so fort, Teleaufnahmen mit Blende 5.6 und so weiter, dann sollte man dieses APS-C nicht vergessen. Denn mit der Alpha 6600 oder 6400 oder 6100 hat Sony eigentlich eine richtig tolle APS-C-Linie auf dem Markt und gerade bei der 6600er eine so extrem fokusschnelle Linie auf dem Markt, dass in vielen Situationen vielleicht sogar die 6600er die bessere Kamera wäre. Also, aber jetzt hier 7.3 Geschwindigkeitsfokus und wirklich kompakt. Also wenn es nur darum geht, irgendwie mit so einem 50mm Objektiv 50mm 1.8er, super schöne, das ist eine mega geile Kombo, entspricht einem 85mm 2.5 Objektiv umgerechnet auf Vollformat. 85mm 2.5 gibt mega geile Freistellung, ist eine tolle Kombo. Das ist eine super, super geile Kamerakombination und es gibt schon richtig schöne Pancakes. Also diese 6600er Kombination, die würde ich aus der ganzen Sache nicht rausnehmen, denn was soll das? Das hier ist das neue Kit-Objektiv. 4 bis 5,6 28,60. Richtig schön scharf zum Ausziehen. Also Nikon hat ja das gleiche gebaut, ich glaube auch Canon ist mit irgend so einem Objektiv hergekommen, wir haben auch bei Lumix so ein Auszieh-Dingel-Döngel-Objektiv, ne, Lumix hat nicht so ein Auszieh, also Nikon hat sowas gebaut. Ehrlich? Da kauft man sich eine 2000 Euro Kamera und setzt dann so ein Ding davor, das macht für Landschaften, das macht für Blende 5, 6 Foto, für Makro, für Produkte, alles schön und gut, aber man holt sich doch keinen Vollformatsensor, um den dann nachher mit Blende 5, 6 zu quälen. Also ja, ich weiß, dass jetzt ganz viele zugucken sagen, aber warum, meine Landschaften machen die immer mit 5, 6, das meine ich nicht. Ich meine, ein Vollformatsensor hat Vorteile, vor allem was Bokeh und Look betrifft und die kriegt man halt nicht mit solchen Linsen. Wenn man wenigstens 24,7,2,8 nehmen würde, aber dann braucht man auch wieder keine Compact. Wir drehen uns im Kreis. So, Tilo, muss man noch irgendwas sagen? Nein. Haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Ja. Schöne, schöne Farben. Welche würde ich jetzt nehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist doch kein Kerl. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.